Jetzt geht's los! Jetzt, wenn er vorbeikommt! Jetzt kommt er fertig! Ui, man! Way to go! Oh! Where's Jack? Where's Jack? So we'll have to try from them in the pines Where the two of us just stayed behind the opens And the sparkly eyes Girl, I'm fine, we'll be on our way tonight We're on our way tonight We're on our way tonight He's catching up! He's already seconded! I'm gonna go for a second! He put, he put... He put us, we put it... Yeah! Yeah! He put the gun on it! Oh, he knows where to go. Oh, he knows where to go. Just to be with us. Just to be with us. Just to be with us. Oh. Just to be with us. Just to be with us. Yeah, 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 yeah. Hey, Ben, come in. Just to be with us. Woo-hoo! 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 Hi Silva! Hi, step back. I'm thinking of, hey. You don't have to go, you too. Jack, komm on! guitar solo To Ben, jetzt bist du doch reingekommen. Kannst du uns was über das Rennen erzählen? Ja, also ich war die ganze Zeit vorne, bis auf am Anfang, ich hatte ein bisschen langsamen Start. Was war denn los am Start? Ich habe gesehen, war ein bisschen confusion. Ja, ich konnte meine Leine nicht rauskriegen und da musste der Papa schnell helfen kommen. Ja, dann bist du als letzter raus. Ja, und dann habe ich hier so, als wir hier auf dem Plus waren, dann bin ich vor. Und dann bin ich die ganze Zeit vorne geblieben mit dem Jack. Aber dann hat der Kaya, ihr Team, einen Jack überholt. Okay, ich habe gehört, der Jack hat seinen Schlitten mal verloren. Nee. Hast du nicht gehört? Ja, der Jack ist mal auf den Schlitten gefallen. Der Jason hat ihn gefangen. Oh, das habe ich noch nicht gehört. Naja, und? Was war denn so das Schönste am Rennen? Also, mir hat es schon gefallen, dass ich gewonnen habe. Und es war auch immer spannend, weil die anderen Teams sind immer von hinten so schnell gekommen. Und irgendwie habe ich es aber geschafft. Der Jack hat die anderen Teams ein bisschen abgehalten, weil von mir und Jack war nicht genug Platz für beide Teams. Und da war es ein bisschen eng für die anderen Team. Und es war auch schwer für sie zu überholen. Und deine Hunde haben alles gemacht, was du gesagt hast? Ja, ja. Ich habe erst gedacht, dass sie einmal falsch waren. Aber dann habe ich das falsche Kommando gegeben, aber sie haben nicht gehört. Zum Glück. Okay. Willst du nochmal deine Hunde kurz? Nochmal als Dinnertin. Ich bin eigentlich wart. Ich bin eigentlich erst gekommen, aber ich habe nicht vergessen. Okay. Und dann mit der Mushing Categorie, wir hatten 1st Platz mit 37 Minuten und 5 Sekunden, und wir finden Ihre T-Shirt in ein paar Minuten, okay?